Ein Elite-Team von Wissenschaftlern wurde ausgesandt, um ein unidentifiziertes Objekt auf dem Grund des Meeres zu untersuchen. Sie bilden das menschliche Verbindungsteam, das im Goodman Report empfohlen wurde. Es besteht aus einer Biochemikerin, um die Physiologie der unbekannten Lebensform zu erforschen, einem Mathematiker, da das vielleicht unsere gemeinsame Sprache sein wird, und einem Astrophysiker, um deren Ursprung im Kosmos zu bestimmen. Das ist das Herz der Finsternis. Wir gehen jetzt rein. Es ist gigantisch. Aber kurz bevor Sie eine unglaubliche Entdeckung machen... Möchte noch jemand wissen, wer diese verdammte Tür aufgemacht hat? Entfesseln Sie eine Macht, gewaltiger als alles bisher auf der Erde Bekannte. Leute, ich habe ja ein Signal auf dem Sonar. Ihr seid da unten nicht allein. Norman, da ist irgendwas! 80 Yards und kommt näher. Macht, dass ihr wegkommt. Oh mein Gott! Wer könnte sie so zugerichtet haben? Ihr Körper ist vollkommen pulverisiert. 60 Yards, wie nah seid ihr? Was ist deine Sackgasse? Wo sind wir? Du hättest mich fast umgebracht! Ich bin unten! Ich krieg keine Luft! Das wird dich nicht retten, Norman! Lass die Schleuse zu, das wär dein Tod! Wenn es explodiert, vernichtet es alles im Umkreis von 10 Meilen. Wir verrecken hier unten. 40 Yards! Schneller, schneller, schneller! 20 Yards! Raus da! Ich will nicht hier unten sterben! Tiefere Angst! Sphere! Tiefe Angst! Untertitelung des ZDF für funk, 2017